Verstanden, bin dran. Holen wir es uns. Diskutieren. Der Feind glaubt also, ein Paket an uns vorbeischaffen zu können. Wie putzig. Zeige ihm, wie richtiger Widerstand aussieht. Der Feind. Was ist das? Setze Splittergranate ein! Splittergranate raus! Setze Splittergranate raus! Oh, we're going in a good place! Shit, he's alive! Wechseln wir jetzt! Das Paket verlegt sich zurück! Your ship! Lade nach! Wechseln wir jetzt! Das Paket verlegt sich zurück! ZALUTE Okay, für die Sache wurdest du oft genug getötet. Jetzt töte lieber selbst. Lass dem Feind nicht das Paket befördern. Schick sie. Der Feind ist so gut wie am Checkpoint. Suche nach Feinden. Granate geworfen! Granate geworfen! Das Paket bewegt sich zurück. Der Feind hat einen Checkpoint fest. Zeit für etwas Sabotage. Granate! Das wirst du verendet. Bitte Granate raus! Granate geworfen! Schill tief einatmen! Höchstätten! Wie Road durch Click. Ich spiele Qingfrau. Gr goat! Paket bewegt sich rückwärts! Letzter Spillkack an der Zeil! Feinde werden ausgespürt! Oh! Alla! 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 Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Achtung, bewegt sich rückwärts. Schnell tief einatmen. Geht zum Angriff über. Vorwärts mit dem Paket. Stoße zu euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Missionsstatus? Feind hat nicht weit genug geliefert. Wir müssen nur seinen Fortschrittspunkt passieren. Greife an! Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Checkpoint in der Nähe. Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Wir nähern uns dem Fortschrittspunkt der Gegner. Das ist unser Missionsziel. Du hast es geschafft. Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Schnell tief einatmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020